Fleischwaren Hallo und herzlich willkommen bei Daum und Eikorn Fleischwaren hier in Wermelskirchen. Mein Name ist Rainer Eikorn und ich freue mich Ihnen heute unseren Betrieb einmal vorstellen zu dürfen. Fleischwaren Daum und Eikorn, ein kleines Fleischwarenunternehmen in Wermelskirchen mit über 110-jähriger Tradition. Im Unternehmen sind rund 50 Menschen in Produktion, Verkauf und Verwaltung tätig. Darunter drei Auszubildende und die Inhaber Rainer Eikorn, Ute Eikorn und Gerrit Schneider. Qualitätsorientiertes Handeln in Produktion und Verkauf stehen an erster Stelle. Es ist für uns selbstverständlich, dass Qualität, Frische, Herkunft und Rasse beim Fleischeinkauf stimmen. So werden zum Beispiel nur Hälften von jungen Rindern, den Fersen, verarbeitet. In der Zerlegung sowie der Wurst- und Schinkenproduktion arbeiten fachlich qualifizierte und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter. Sie achten auf eine natürliche und schonende Produktherstellung in traditionell handwerklicher Art und verwenden allerbeste Gewürze. Bergische Wurstprodukte bilden die besondere Stärke der Firma. Dazu zählen beispielsweise die bergische geräucherte Bratwurst und die rheinische Fleischwurst. Die Mitarbeiter werden in die Denk- und Handlungsweise der Unternehmer mit einbezogen. Am herzlichen und fachlich kompetenten Kundenumgang wird stets gearbeitet. Es ist wichtig, dass die Kunden ihren Einkäufen in einer angenehmen Atmosphäre nachgehen können. Damit die leckeren Würste noch lange produziert werden können, achten wir auf eine umweltschonende Verarbeitung und eine effiziente, kostenbewusste Arbeitsweise. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen und ich freue mich auf Ihren Besuch. Herzlichst, Ihr Rainer Eickhoff Alles gut dahin. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.